Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video. Es ist glaube ich schon ein bisschen länger her, weil ich nichts hochladen konnte. Und jetzt kann ich endlich wieder hochladen und es hat sich einiges getan, zum Beispiel dass ich mit BRC spiele. Und ja, also es hat sich einiges getan. Also ich konnte jetzt erstmal eine Zeit lang nichts hochladen, wegen irgendeinem Bug oder so. Aber jetzt kann ich endlich wieder hochladen, worüber ich auch ziemlich glücklich bin, weil YouTube, also ich mag es wirklich YouTube Videos zu machen. Es macht mir einfach wirklich viel Spaß, so. Und es wäre jetzt wirklich schade, wenn ich einfach so damit aufhören müsste. Weil wie gesagt, das macht mir richtig Spaß. Und so. Und ja, eventuell hört ihr es auch, ich habe ein anderes Mikrofon. Bessere Mikrofonqualität. Yeah! Ja! Und ja, ich benutze auch ein anderes Texture Pack. Weil ich auch einfach so solche Packs in der Art auch gerne mag. Achso, Fave ist dann so mag ich genere richtig gerne. Aber auch sowas in der Art, meine ich. Wenn ich ein Problem damit habe, geht einfach. Wozu? Hä? Was macht der denn? Was hat er denn gemacht? Ja, egal. Also... Ja, ich konnte jetzt halt, wie gesagt, eine Zeit lang nicht hochladen. Aber jetzt bin ich wirklich glücklich, dass ich es wieder kann. Ich würde sagen, eine Runde spielen will noch und dann. Boah, wer ist das eigentlich auch schon mit dem Video? Wir haben da so ein kleines kurzes Infovideo. Damit ihr Bescheid wischt. Ach, gleich noch Thumbnail machen, Alter. Ja, kein Bock. Weil mich auch manche im Discord gefragt haben, wer meine Thumbnails macht. Ich mach die. Ich mach die alle selber. Und das ist ein ziemlicher Aufwand. Also ja. Ich mach die alle selber. Hä? Also, bei mir ist mein Video.